So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamseserDicke, eine neue Folge... Hä? Pokémon Go? Nein, eine neue Folge Ramses Kitchen, denn ich möchte mal wieder eine Chili-Soße testen, die mir schon ganz lange mal zugeschickt wurde über die Amazon-Wunschliste. Und die möchte ich vergleichen mit der Mad Dog 357 Silver Edition aus 6 Millionen Pepper-Extrakt mit 600.000 Scoville. Wie viel die hier aber hat, die ich nämlich testen möchte, das ist die, die Stinger. Ja, das für's Thumbnail vielleicht, ich habe mir überlegt, immer das jetzt auf so ein Brettchen zu stellen, da kann man das besser präsentieren. Das ist eine Stinger, die wurde geschickt, das seht ihr hier schon, da ist so eine Wespe drauf, eine Hornisse, ein Stinger. Da ist der Wrestler aus der WCW drauf. Und da steht Stinger Special Edition Honig-Knoblauch-Jolokia-Chili-Soße. Honig-Knoblauch-Jolokia-Chili. Handmade-Hot-Sauce. 29% Honig, Wasser, Jolokia-Chili 20%, Balsamico-Essig, Knoblauch 6%, Salz-Stabilisator, Gua-Kern-Mehl. Das ist von Suicide Sauces, Hersteller Lecker Trade GmbH Pfefferhaus, Göttinger Chaussee 12-14 in Hannover. Die wollen wir jetzt testen mit Nuggets und gegen die MADOC 357 antreten lassen. Die Mama ist verfixt die Nuggets warm. So, die Nuggets auf dem Tisch. Wortwörtlich, eins lag nämlich auf dem Tisch direkt. Sieht aus, als wären da mehr drin als sonst. Hier seht ihr nochmal diese Stinger-Sauce. Sieht aus wie ein Flachmann. So, ich weiß nicht warum, aber ich glaube wirklich, da sind mehr drin als sonst. Nicht nur, dass sie kaum noch auf den Teller passen von der Packung. Die sind auch gefühlt riesengroß. Die waren sonst nicht so groß. Jeder einzelne Flatschen. Aber die finde ich einfach am besten. Die esse ich am liebsten von Ableben oder wie das heißt. Jetzt machen wir erstmal die Stinger auf. Gut schütteln. Stinger. Aufs Nugget drauf geschossen. Riecht auf jeden Fall sehr süß. Wird der Honig sein natürlich. Riecht im ersten Moment wie eine Sweet Chili-Sauce von einem Billighersteller aus dem Rewe. Einfach nur sehr süßer, komischer Geruch. So, machen wir uns die jetzt auf den Löffel und probieren die so. Ach komm. Wir tun die uns mal auf den Löffel und probieren die einmal so, um zu gucken, was die kann. Ein Löffel von der Stinger-Sauce. Ja, die riecht auf jeden Fall anders, als es schmeckt. Ihr erwartet jetzt hier diesen Sweet Chili-Geschmack so ein bisschen. Die ist auch mega flüssig. Die läuft einfach so raus. Würde ich mir ein bisschen dicker wünschen. Und dann hast du plötzlich einen brachialen Chili-Geschmack auf der Zunge, der sofort in den Rache übergeht. Merkst deutlich den Knoblauchgeruch. Diese Knoblauchwürze, die noch hervorkommen. Honig merke ich gerade gar nichts beim Essen. Das ist nur so Geruch, süßlicher Geruch. Aber irgendwie breitet die sich mega aus und tut voll ein Feuerball aus Spinnen, was weiß ich. Wir hauen die uns jetzt mal hier nochmal auf so einen Nugget drauf. Probieren das Ganze nochmal mit einem Nugget. Das ist doch nicht zu viel. Das kannst du in eine Dippschüssel umfüllen und sagen, guck mal, ich habe hier Sweet Chili von McDonalds. Und dann fallen alle um. Aber beim zweiten Testen merkt man jetzt doch ein bisschen diese süßliche Note, die durchkommt. Und das ist scharf, aber angenehm scharf. Ich finde es jetzt nicht zu scharf. Ich glaube, so könnte ich mir einen ganzen Teller von diesen Nuggets machen. Was ich mit der Madoc niemals machen könnte. Also sehr interessante Soße habe ich so an sich noch nicht erlebt. Aber da fällt schon auf, trotzdem kommen die nicht an die Madoc ran. Die Madoc ist immer noch brutal, das Maß der Dinge. Deswegen werden wir zum Vergleich jetzt nochmal einen Tropfen Madoc auf einen Nugget machen. Und uns den Vergleich dazu anschauen. Ein Tröpfchen Madoc reicht schon aus. Also nicht falsch verstehen, mir brennt schon gut der Mund jetzt. Ich glaube, wenn ich weiterhin so reinschlinge, immer so viel drauf auf einen Nugget und Stück für Stück, macht mich das auch fertig. Aber ihr seht vom Madoc so ein kleiner Tropfen. Der ist schon schlimmer als zwei ganz bestrichene Nuggets plus einen Löffel von der Stinger. Aber Stinger, eine gute Soße, guter Geschmack, mir ein bisschen zu flüssig. Freue ich mich jetzt aber schon drauf, die zu verbrauchen. Da nehme ich mir vor, schnell auf einem Burger oder so extra nochmal diese Soße drauf. Ist bestimmt genial. Jetzt nochmal Madoc. Natürlich nicht so flüssig. Die ist viel dicker, breihiger. Und huuuh. Hebt das Ganze nochmal ein Stück an, dass hier wirklich der Helm glüht. Und wie immer hat das irgendwie so eine komische, pflaumige Note bekommen. Am Anfang geschmacksneutral gewesen. Jetzt mittlerweile, bei der Hälfte der Flasche, schmeckt alles immerzu nur noch pflaume. Also danke nochmal für die Stinger Soße. Hat einen richtig guten Geschmack. Kann ich empfehlen. Sehr interessant. Meine Empfehlung ist raus. Wenn ihr die nicht kennt, probiert die mal, wer gern scharf isst. Mal gucken, wie lange die sich hält. Suicide Sauces. Handmade Hot Sauce. Stinger Special Edition. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.